es ist ja auf jeden fall die brücke auf der anderen seite wieder da oder jetzt hier lang gehen das lichter schafft offenbar mehr als nur brücken vielleicht bringt uns das hier nach oben nee das bringt uns nach oben nicht wahrscheinlich das bringt uns nach oben aber schon witzig dass man halt so einen fahrstuhl hat er darstellt oder so dass sie ja früher auch so die ideen schon gehabt haben nice ab in den tempel sind jetzt im ringtempel mal gucken was uns erwartet da ist kein schlitz was wir haben ein problem warum wir nicht einfach zerstören diese türen öffnen sich nicht hallo verstehe ich nicht wozu dann die tür sesam öffnet ich komm wir suchen einen anderen eingang warum war let's go gibt es gar nicht siehst du dir das mal an ehrlich ich habe einen vergessenen getötet ja war es schwierig ist das alles was ich bekomme ja also was führt euch zu mir also wir brauchen brauchen irgendwas für den dings hier für die waffe den bogen können wir aber nicht verbessern dass wir haben den schon auf max also es ist halt ich schau mal auch nicht aufwerten das könnte mehr schuss oder kümmer warte mal wir können doch bestimmt das verkaufen oder hoffen verkaufen hier haben wir eh nicht an verkaufen wir jetzt reinrüstung mal das ist nur das was wir ergriffen oder genau das haben wir hier auch noch ist das mit der ruhe macht das was wir nicht wollen der stein auferstehungsstein ne den wollen wir ja selber behalten wenn wir jetzt glück haben können wir den köscher ausbauen ne 25.000 habe ich mich ja gerade komplett verguckt aber komplett verschaut haben nicht genügend ressourcen ja 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 jetzt müssen wir uns hier durchducken oder was ganz schön eng überholen er und der blaue sind offenbar schnell unterwegs wir sind drin womit die wohl verbunden sind dachte wir müssen ja die ja die attacke war sehr unbefriedigend die ich jetzt neu dazu bekommen habe kinderspiel kinderspiel das habe ich auch nicht gemacht kann das sein dass ich von hier hinten werfen muss blut 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 so ist hier wieder gegner gleich oder hier können wir wieder was abschießen wieder silber so ah die kleinen dinger ja so 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 auch haben wir hier wieder so einen Rätselschuss wenn wir was durchtrennen müssen oder sieht schon geil aus da oben ist wieder eine Rune lies mal bitte vor ne geh schon mal weiter kommst hinterher Juri wo klettern wir eigentlich hier lang jetzt kommen wir hier durch aber gerade so was ist da ich will es sehen ah dort hinten ich kann meine Kamera nicht anders machen noch ein Lichtalp was macht er oh nein wieso töten sie ihn er hat nichts getan urteile nicht vorschnell du siehst das Ende eines Krieges Junge du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht er hat sich nicht mal verteidigt das war seine Wahl wir treffen unsere also ich brauche die Attacke die dieses nach vorne schießen wieder macht weil die andere diese Wirbeldings ist ja richtig spät diesmal macht das nicht aber du meinst diesmal muss ich ja ganz schnell F drücken yo easy weg das hat geholfen da mehr Lichtbrücken folge mir da ist Dead End das wir gehen hier lang ja jetzt schon wieder die kleinen Fieder explodieren die wieder ja die explodieren wieder oh aua oh jetzt werde ich hier bin ich hier ein bisschen verwirrt ich bin bereit warm 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 so nutzt es die Attacke aua geh mal einfach wieder in Rage Modus ja alles klar ja ist ja auch alles klar alles hier weg gemacht sind wir hier so ein Ding hallo ok also das ist recht easy gerade hier und ein bisschen gleich wieder der Big Boss sehen wir wieder zwei zwei Stunden lang fighten müssen oh hier ist noch was hier oben oder ja richtig schwer zu sehen 407 Hacksilber ein bisschen HP also wenn wir HP wieder herstellen dürfen dann bedeutet das dass jetzt gleich noch was kommt was uns bekämpfen möchte ziemlich ziemlich sicher oh ich bin wieder kaputt man äh ich weiß nicht was wir hier noch wollen iiiiih was ist das denn muss ich am besten rausfinden wie ich das alles gleichzeitig zerstören kann oder hmmm siehst du ist zu schwierig noch nicht das heißt ich muss nur die stränge treffen lockt mich nicht wie sie das gerät wieder die das durch quatschen aber die lücken in dem er durch geht sie nach genau so groß dass wir kreise durchkommen Ihhh, ist das hell Was war das? Dann war erstmal hier hoch Ihhh Ich hab ihn, der Messer, Junge Boah Ist ja gerade frisch geschlüpft, ach ne Ich dachte, da kam mal so in einem Ei raus und war gerade frisch geschlüpft Sind wir in einem Ekelding hier drin oder warum sind die Dinger Das ist so klebrig Sind doch in irgendeinem Vieh drin Kann aber auch nicht nach unten gucken Zurück Das war seine Mission Der kleine, ey Das Licht Ja, wir sind fast am Ziel Aber wir müssen aufpassen, verstanden? Klar Licht von Alfheim Sind da hier überall die Viecher dran? Krass, guck mal Ihhh, die sind hier geschlüpft alle Sei bereit Wir müssen schnell sein Ist gut Ist gut Spreng, Junge Spreng, Junge Ja What the fuck Pass auf Zeit Da sind sie Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke Jawohl Ich hab meinen Rage-Modus noch nicht Aber die, die sind alle One-Shot Aber die sind alle One-Shot Oh, meine Maus geht nicht rüber Ich glaube, es ist so gedacht, dass die alle One-Shots sind Damit man ja schnell durchkommt, oder was Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen Es sind viele Ziele Du schießt nicht vorbei Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus Konzentrier dich Hier ist doch die Attacke gar nicht so schlecht, die ich hier Ja Ja, schnell Beruhig dich Nichts gemacht hier Aber rummeckern Tut er wieder wie ein großer der kleine Rotzbengel Aua Wird das jetzt alles auf uns drauf? Bist du verletzt? Nein Wow Es ist wunderschön Also die Plattform sieht noch so aus, als kommt jetzt hier noch ein dicker Boss Das Licht Es lässt den ganzen Tempel erscheinen Es ist die Quelle von allem Was sieht das? Es singt Ich höre Ich höre sie Ich hab's dir doch gesagt Ist sie denn da drin? Ah Ah Das hat weh getan Als würde meine Hand brennen Dumbo So Bleib hier Bleib Aber ich will Bleib Hier Was macht er jetzt? Setz sie nur im Notfall ein Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten Oh guck mal Es ist kein Geschenk Ach ne ich dachte schon Es sieht krass aus als wäre die Schulter schon weggebrannt Achso ich muss jetzt Ich muss jetzt hier ganz schnell F drücken Ich war schon wieder im Ach 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 Aach 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 Schwarz-Weiß? Das ist noch ein Schwarz-Weiß-Kino. Was ist das? Faye. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Da waren gerade Schritte hinter mir. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Er erzählt jetzt mit ihrer Mutter. Wir sind mal im Haus. Ich kenne ihn nicht und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Passiert hier die ganze Zeit? Er spricht nicht mit mir. Bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Ich habe ja schon wieder ein Krümel im Auge, ne? Oh, guck mal. Ein toter Fisch. Oh, der Arme. Nein. Mehrere. Ganz viele Fischis. Sind wir hier unter Wasser? Kletter ich jetzt in den Teleporter rein? Er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Was ist das für eine? Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht... Bin ich wieder zurück? Bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Was ist das für eine Vision oder was? Was will denn das mitteilen? Sieht geil aus, ne? Nein. Nein. Halt. Komm zurück. Nein. Nein. Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge. Ich war nur einen Moment. Was? Was? Nein. Du warst sehr, sehr lange, Furt. Ich wusste nicht weiter. Du hast nicht verlassen. Mal wieder. Bin ich dir egal? Ich. Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Jetzt hat die alle alleine kaputt gemacht. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Wo ist die Axt? Ja. Da links, da drin steckt sie. Bis zum nächsten Mal.